Müde und krank, so wirkt US-Bürger John Yetow nach seiner Freilassung aus der Haft in Birma. Yetow hatte Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi unerlaubt besucht und damit die Auflagen ihres Hausarrestes verletzt. Statt sieben Jahre Zwangsarbeit zu verrichten, kann er nun das Zeichen für Liebe machen, in Freiheit. Seine Freilassung zu verdanken hat er der Diplomatie. US-Senator Jim Webb, ein Vertrauter von US-Präsident Barack Obama, hat sich für Yetow eingesetzt. Er hat der Person geschadet, der eigentlich helfen wollte. Der Senator ist der bislang ranghöchste US-Besucher bei Birmas Machthaber Tan Shui. Die US-Regierung will ihre Sanktionen gegenüber dem Militärregime auf den Prüfstand stellen. Auch Oppositionsführerin Suu Kyi habe nichts dagegen, so Webb. Die Sanktionen haben in dieser Situation vor allem Birma an China angenähert. Aus meiner Sicht haben sie zudem ihr Land, das birmanische Volk, geschwächt und jeglichen Kontakt zur westlichen Welt unterbunden. Bei dem Besuch kann Webb die Friedensnobelpreisträgerin treffen. Die Welt werde Birmas runter an ihrem Umgang mit Suu Kyi messen, sagt er. Zumindest solle Suu Kyi an den Wahlen 2010 teilnehmen können. Experten sehen dafür aber kaum Hoffnung. Mühe 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 Mühe